Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Raster-Elektronen-Mikroskopie. In diesem ersten Teil der Lehrfilmreihe erläutern wir den Aufbau des Raster-Elektronen-Mikroskops, kurz REM. Anschließend erklären wir die Funktionsweise des REM und wie welche Bilder erzeugt werden. Im zweiten Teil widmen wir uns der Gerätbedienung und der Bilderzeugung. Aufbau Ein Raster-Elektronen-Mikroskop besteht in der Regel aus einer Vakuumpumpe, einer Spannungserzeugungseinheit sowie Bündel und Raster-Einheiten, die mit Spulen bzw. Magnetfeldern den Elektronenstrahl steuern. Eine oder mehrere Sensoreinheiten übermitteln dann die Signal an einen Rechner. Bei einem Raster-Elektronen-Mikroskop wird ein Elektronenstrahl in einem bestimmten Muster über die Probenoberfläche geführt. Die dabei entstehenden Wechselwirkungen der Elektronen mit dem Objekt werden für die Bildgebung genutzt. Zunächst wird eine V-förmige, negativ geladene Kathode meistens aus Wolfram mit Strom gespeist. Die Kathode ist im oberen Teil der Elektronenkanone angebaut und erzeugt eine Hochspannung. Die Hochspannung führt zur Lösung der Elektronen aus den äußeren Schichten des Metallgitters. Die herausgelösten Elektronen bilden eine Elektronenwolke und werden von einer Anode, die positiv geladen ist, angezogen. Durch die Einziehung der Anode werden die Elektronen beschleunigt und formen einen Elektronenstrahl. Dieser wird primär Elektronenstrahl genannt. Für eine höhere Leistungsdichte und Präzision wird dieser Strahl durch eine Strahlablenkeinheit konvergiert. Das heißt, der Strahl wird gebündelt. Mit Hilfe dieses Elektronenstrahls können jetzt sogenannte Sekundärelektronenbilder zur Darstellung der Probentopografie erzeugt werden. Zusätzlich können Rückstreubilder erstellt werden, die es ermöglichen, einzelnen Phasen darzustellen. Um besser zu verstehen, was passiert, wenn ein Elektronenstrahl auf die Probe trifft, klären wir den Mechanismus am einfachsten mit dem Atommodell von Niels Bohr. Nach Bohr gibt es einen positiv geladenen Kern und negativ geladene Elektronen, die auf sogenannten Valanzschichten um den Kern kreisen. Die Energiebilanz in einem Atom ist ursprünglich ausgeglichen. Das heißt, positive und negative Ladungen halten ein Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht wird für kurze Zeit gestört, wenn ein Elektron aus dem Elektronenstrahl auf eine Elektron aus der energieärmsten, innersten Valanzschicht des Atoms auftrifft und es herausschießt. Das rausgelöste Elektron nennen wir Sekundärelektron. Es wird von einem seitlich eingebrachten Elektronenfänger bzw. Detektor aufgenommen und als Signal an dem Bildschirm übermittelt. So rastet der Elektronenstrahl die Probenoberfläche ab und es entsteht Pixel für Pixel ein Bild auf dem Bildschirm. Dieses Bild der Probenoberfläche, also der Topografie, wird auch als Sekundärelektronenbild bezeichnet. Die Stellen der Probe, von denen aus vielen Sekundärelektronen zum Detektor gelangen, erscheinen auf dem Bildschirm hell, während Stellen mit geringerer Sekundärelektronenemission und solche, die gegenüber dem Detektor abgeschattet sind, dunkel bleiben. Die Geschwindigkeit, mit der die Probe abgerastert wird, kann in der Software angestellt werden. Bei langsameren Geschwindigkeiten erhält man qualitativ bessere Bilder, als bei einer höheren Geschwindigkeit. Wenn jetzt ein gutes Bild der Probenoberfläche erzeugt wurde, ist für die meisten Nutzer des REMs vor allem auch die Elementverteilung in der Probe von großem Interesse. Mit Hilfe der sogenannten Energiedispersiven Rundkenspektroskopie, kurz EDX, besteht nun die Möglichkeit, die chemische Zusammensetzung der Probe zu ermitteln. Wenn der Elektronenstrahl auf der Probe auftrifft und ein Elektron auf der energieärmsten kernnahen K-Valance-Schicht des Atoms eine Lücke hinterlässt, wird diese sofort mit einem Elektron aus der höheren energetischen L-, M- oder N-Schicht gefüllt. Am wahrscheinlichsten, da es für das Atom energetisch am günstigsten ist, wird ein Elektron aus der nächsten Valance-Schicht, also der L-Schicht, in die Lücke fallen. Jetzt besitzt die K-Valance-Schicht eine höhere Energie, wobei die Differenz sogleich in Form einer Strahlung emittiert wird. Diese Energieemission haben wir als Welle dargestellt. Da jedes Element eigene spezifische Elektronenenergie in besitzt, kann diese charakteristische Rundkensstrahlung dazu verwandelt werden, zu erkennen, um welche Art von Atom es sich handelt. Somit ist die Beerteilung der chemischen Zusammensetzung der Probe möglich. Neben den rückgestreuten Elektronen und der charakteristischen Rundkensstrahlung ist es aber auch möglich, dass Elektronen aus dem Primärstrahl nur zurückreflektiert werden, ohne mit den Atomen aus der Probe in Wechselwirkung zu treten. Die Detektion der rückgestreuten Elektronen, kurz RE, ergibt ein weiteres Abbildungsverfahren, das häufig auch Materialkontrastbild genannt wird. Treffen die schnellen Primärelektronen auf leichte Elemente mit niedriger Ordnungszahl, werden sie nur schwach reflektiert. Daher werden nur weniger rückgestreute Elektronen zum Detektor gelangen und ergeben dunkle Bereiche im Bild. Schwerer Elemente mit höheren Ordnungszahlen hingegen linken mehr Primärelektronen ab. Diese Bereiche erscheinen im Bild hell. Diese Bildbereiche mit unterschiedlichen Helligkeiten und Kontrast ermöglichen eine erste Abschätzung der chemischen Zusammensetzung. Es gilt, je schwerer das Element ist, desto heller ist seine Abbildung. Sind die Elemente der Probe nun bekannt, kann zumindest die Elementverteilung im Gefüge auch ohne EDX, also ohne energiedispersive Röntgenanalyse, grob abgeschätzt werden. Der Vollständigkeit halber tritt im REM zusätzlich noch eine weitere Strahlung auf. Wenn angeregte Elektronen an der Probe stark abgebremst werden, ohne mit dieser in Wechselwirkung zu treten, werden sie von ihrer ursprünglichen Bahn abgelenkt. Dieser Energieverlust wird in Form einer sogenannten Bremsstrahlung abgegeben. Diese Bremsstrahlung ist aber für die Untersuchung von metallografischen Proben weniger relevant. Nachdem wir jetzt Sekundärelektronen, Rückstreuelektronen und die charakteristischen energiedispersive Röntgenstrahlung sowie Bremsstrahlung kennengelernt haben, bleibt noch die Frage zu klären, was passiert, wenn der Elektronenstrahl nicht auf die Probe trifft. Erinnern Sie sich an den ersten jötischen Satz, ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradelinigen Bewegung, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird. Wenn beispielsweise ein angerecktes Teilchen auf seiner Bahn mit einem Luftteilchen oder Staub zusammenstößt, so verliert es einen Impuls und ändert seine Bahn. Es ist damit für die Bilderzeugung nicht wirksam. Das Vakuum in der Probenkammer und die saubere Probenkammer sorgen hier für eine genaue und zerstörungsfreie Bahn der Teilchen und somit für eine fehlerfreie Analyse. Bisher haben wir nur die Analyse elektrisch leitender Proben erläutert. Aber was passiert, wenn eine isolierende, organische Probe untersucht werden soll? Aufladungseffekte sind ein großes Problem bei der Prüfung von anorganischen Proben. Wenn die Energie der Elektronen im Elektronenstrahl zu gering ist, werden nur sehr wenige Sekundärelektronen imitiert und die Probe lädt sich lokal negativ auf. Wenn der Primärelektronenstrahl allerdings zu stark ist, können Teile der Oberfläche positiv geladen werden. Um diese Effekte zu vermeiden, werden elektrisch isolierende Proben mit einer dünnen Schicht Gold-Balladium in einem Sputtergerät bespattert. Das heißt, die Oberfläche wird hochdünn beschichtet. Hierzu wird die Probenkammer eines zugenannten Sputtergeräts evakuiert und die Proben mit der Mischung bedampft. Zusammenfassung Die Raste-Elektronen-Mikroskopie ist ein bildgebendes Verfahren, um die Oberfläche und das Gefüge von Werkstoffen darzustellen. Hierzu wird ein Elektronenstrahl verwandelt. Das Raste-Elektronen-Mikroskop, kurz REM, besteht aus einer Elektronenkanone mit Sensorik, einer Probenkammer, Vakuum-Pumpe und einer Rechner-Einheit. Ein Oberflächenbild entsteht durch sekundäre Elektronen, die aus den Atomen der zu untersuchenden Probe herausgelöst wurden. Diese erzeugen in einem Detektorpixel. Durch systematisches Abrasten der Probe können viele Pixel zu einem vollständigen Bild der Probenoberfläche zusammengesetzt werden. Rückstreuelektronen stammen demgegenüber aus dem Primärelektronenstrahl und wurden ja nach Elementdichte nur wenig oder reichlich von der Probe reflektiert. Ihre Detektion dient zur Erzeugung eines Kontrastbildes, das sowohl die unterschiedlichen Elemente als auch ihre Verteilung im Gefüge qualitativ darstellt. Leichte Atome werden dunkel und schwere Atome hell dargestellt. Mit Hilfe der charakteristischen Röntgenstrahlung kann die Elementzusammensetzung einzelner Phasenbestandteile der Probe bestimmt werden. Des Weiteren wird eine sogenannte Bremsstrahlung imitiert, die aber nicht für Bildgebung oder Elementanalyse herangezogen wird. Um das Aufladen elektrisch nicht leitende Proben zu vermeiden, werden diese hauchdünn mit einer leitenden Schicht aus Goldballadium beschichtet. Für diesen Prozess wird ein Sputtergerät verwendet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017